Wenn auch du deine Sehkraft verbessern möchtest, bist du auf diesem Kanal hier goldrichtig, denn ich werde dir mal verraten, wie ich es geschafft habe, meine Sehkraft zu verbessern und wie viele meiner Teilnehmer es auch geschafft haben, erfolgreich ihre Sehschwäche vollständig wegzutrainieren. Wenn du neu bist auf diesem Kanal hier, gerne schon mal einen Daumen nach oben geben und gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Und wie du sicherlich am Titel schon gesehen hast, geht es heute um den Trainingsplan. Denn das ist der elementare Baustein, damit du auch erfolgreich deine Sehkraft verbessern kannst, denn du musst dir vorstellen, es gibt viele verschiedene Übungen, die du anwenden kannst für unterschiedliche Augenprobleme. Das Gute ist aber, natürlich kannst du auch Übungen machen, die vielleicht überhaupt nicht auf dein Augenproblem abgestimmt sind. Hat auch gar kein Risiko in dem Moment, weil du kannst im Prinzip auch bei einer Kurzsichtigkeit Übungen für die Weitsichtigkeit machen. Da verschlechtert sich deine Kurzsichtigkeit nicht weiter, aber natürlich spürst du dann in dem Moment keinen großen Effekt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht elementar wichtig, einen gewissen Fahrplan zu haben, damit du jederzeit weißt, was du für eine richtige Reihenfolge einhalten solltest. Und so habe ich extra auch den Trainingsplan ins Leben gerufen, damit du jederzeit die volle Kontrolle hast, um dein Training wirklich effizient und effektiv zu gestalten. Natürlich hast du auch da wieder verschiedene Bausteine, die du nutzen kannst. Beispielsweise du suchst dir deine Top 3 Übungen raus für dein jeweiliges Augenproblem. Und natürlich soll dieser Trainingsplan dir einfach nur als Unterstützung dienen, dass du dich regelmäßig daran erinnerst, deine Übungen zu machen, dass du auch siehst, welche Übung ist heute dran. Natürlich ist der Trainingsplan nicht so aufgebaut wie beim Fitnessstudio beispielsweise, wo du jeweils drei bis vier Sätze zu einer gleichen Übung machst, sondern das Ganze ist viel komprimierter. Also sprich, du hast jeweils ein bis zwei Übungen am Tag. Diese Übungen machst du dann so lange weiter, bis du gemerkt hast, dass du einen großen Fortschritt erzielt hast und deine Augen sich schon in gewisser Weise verbessert haben. Danach musst du wieder neue Übungen dir raussuchen, damit du dich weiter verbesserst. Weil so bleibst du ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur stehen auf dein selbes Niveau und so kannst du dich dann Stück für Stück weiter verbessern. Ich mache mal ein ganz normales Beispiel. Du hast eine Horn- und Verkrümmung und bist kurzsichtig. Als allererstes baust du dir jetzt erstmal einen Trainingsplan auf für deine Horn- und Verkrümmung an. Die Horn- und Verkrümmung müssen wir als allererstes weg trainieren. Horn- und Verkrümmung ist immer dann, wenn du quasi das Gefühl hast, dass alles irgendwie unscharf ist in der Ferne, in der Nähe. Du siehst aber auch in der Nacht teilweise so Umrisse doppelt, also gerade so Lichter erscheinen dir total verschwommen und doppelt. Die Horn- und Verkrümmung kann auch sehr, sehr effektiv und schnell weg trainieren. Und wenn du das geschafft hast, musst du natürlich deinen Trainingsplan wieder neu umstellen auf deine Kurzsichtigkeit. Sagen wir so wie bei mir zum Beispiel, ich hatte zwei Dioptrien. Heißt also, ich habe erstmal Übungen gemacht, damit ich auf einen Dioptrien runterkomme. Und dann gibt es natürlich noch andere Übungen, die du von 1 auf 0 nutzen kannst. Und wenn du jetzt beispielsweise eine deutlich höhere Dioptrien hast, solltest du natürlich Übungen machen, die für deine Dioptrienzahl passend sind. Und damit du auch du heute davon profitieren kannst mit dem Augentraining und direkt loslegen kannst, habe ich dir unterhalb des Videos mal ein paar Sehtafeln verlinkt, die du einfach dir kostenlos downloaden kannst. Die kannst du dir zum Beispiel hier an die Wand ranhängen und dann aus einer gewissen Entfernung natürlich deine Sehkraft verbessern. Da gibt es immer eine Beschreibung dazu oder du schaust dir einfach bei YouTube ein paar Videos von mir an, wo ich dir erkläre, wie du mit der einzelnen Sehtafel deine Augen trainierst. In diesem Sinne gerne Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.